Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Week, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung königlichem Wissens. Vom 26. November bis 15. Dezember 2021 findet die Schach-WM zwischen Magnus Carlsen und Jan Nepomniatchi statt. In Dubai freuen wir uns riesig drauf, wird ein mega Event, das absolute Highlight der Schachwelt. Im Vorfeld dieses Wettkampfs gehe ich in einer mehrteiligen Serie auf meinem Kanal auf die wichtigsten und entschiedenen klassischen Partien dieser beiden Spieler ein. Das ist jetzt Folge 4. Die letzte Folge, Folge 3, war im Jahr 2003. Da hatte Jan Nepomniatchi gewonnen und zwar bei der WM, bei der U14-WM war das. Und jetzt im Jahr 2011 trafen sie wieder aufeinander in einer klassischen Partie. Also ganz schön viel Zeit dazwischen vergangen. Inzwischen war Magnus Carlsen die Nummer 1 der Welt im Jahr 2011 mit einer Elo-Zahl von 2814. Jan Nepomniatchi war die Nummer 15 der Welt zu diesem Zeitpunkt mit einer Elo-Zahl von 2733. Die Partie fand statt in Waikernsee am holländischen Badeort. Anfang, immer zu Beginn des Jahres treffen sich dort die besten Spieler der Welt zu einem Großmeister-Turnier. Sehr bekanntes Turnier in der Schachwelt. So, Magnus Carlsen führt hier die weißen Steine. Es ist die zehnte Runde und beginnt hier mit E4. Wie das Turnier ausgegangen ist, werde ich euch am Ende des Videos erzählen. C5, Sizilianisch, von Nepo, Springer F3, D6, D4. C, D4, Springer D4, Springer F6, Springer C3, A6. Das ist die Neidorf-Variante der Sizilianischen Verteidigung. Läufer E2, ein solides System. Weiß bereitet die kurze Ruhade vor. E5 greift den Springer an. Springer B3. E5 ist der Standardzug in der Neidorf-Variante, um den starken Springer aus dem Zentrum zu vertreiben. Vorher spielt man halt A6, damit der Springer nicht nach B5 greift. Es geht hier weiter mit Läufer E7, bereitet die kurze Ruhade vor. Kurze Ruhade, kurze Ruhade. Hier König A1, einer der Hauptzüge in dieser Stellung. Die Idee ist, den Zug F4 vorzubereiten und der König wird aus dieser Diagonale genommen, prophylaktisch, wo er angegriffen werden könnte. Springer C6, Entwicklung F4. B5. Schwarz, typisch Neidorf, hält am Damenflügel entgegen, schiebt die Bauern vor. Läufer E3, Läufer B7, entwickelt den Läufer. Wir sind noch in der Eröffnung, sind erstmal Entwicklungszüge am Start. Jetzt kommen wir langsam ins Mittelspiel über. Und Weiß attackiert mit A4 den Bauern B5. Hier spielte jetzt Nepomniachi e-schlecht F4. Und das ist ein guter Zug, weil es macht das Feld frei E5 für den Springer. Weiß nimmt mit dem Turm. Das ist wichtig, damit der Bauer E4 nochmal überdeckt wird, weil es droht so ein bisschen latent B4 hier, wonach der Bauer E4 schutzlos will. Springer E5. Diese Stellung hatte Nepomniachi wahrscheinlich vorbereitet, denn Carlsen hatte die gleiche Variante ein Jahr zuvor gespielt gegen Lénier Dominguez-Pérez aus Kuba und verbesserte jetzt diese Variante mit Schlagen auf E4 und mit dem Springer nach E5 gehen, wo der Springer natürlich super steht. Weiß spielt hier Dame D4. Ein guter Zug, zentralisiert die Dame, verändert B4. Nepo geht zurück mit dem Springer nach C6. Springer C6, die Dame muss wieder weg. Dame D2, Springer E5. Dame D4, Springer C6. Machen die beiden Remis. Dame D2, Springer E5. Carlsen ist nicht bekannt dafür, schnell Remis zu machen. Nepo mit Schwarz wäre einverstanden gewesen, aber Weiß spielt hier weiter. A schlicht B5, tauscht er erstmal auf B5. A schlicht B5. Jetzt ist der Turm auf A1 angegriffen. Weiß wollte nicht selbst tauschen, stellte den Turm auf E1 auf. Wahrscheinlich wäre besser gewesen hier Turm D1 auf die halboffene D-Linie, um Druck auf der D-Linie zu machen. Nepomniacchi gibt auch in seiner Analyse von damals an Springer G6, Turm F1, Springer schlicht E4, Springer E4, Läufer E4, Läufer schlicht B5. Und hier ist die Stellung ausgeglichen. Allerdings hat Schwarzen zentralen Bauern bekommen. Schönen Läufer hier kann mit Springer H4 attackieren. Weiß kann mit Turm F2 verteidigen, aber Schwarz steht sehr aktiv. Mit diesem Läufer hier. Druck auf G2. Aber gut, materielles Gleichgewicht sollte sich ausgeglichen. Karlsson spielte aber Turm E1. Geht ins Zentrum. Springer G6 greift den Turm an, der geht zurück. Turm F1. Auch hier, Schwarz könnte auf E4 tauschen, dann würde aber Weiß den Bauern B5 bekommen. Ähnliche Situation wie gerade. Nepo spielt aber, möchte hier mehr, spielt B4. Greift den Springer im Zentrum an. Ein guter Zug. Springer D5 geht ins Zentrum. Was sonst? Jetzt kann aber Schwarz hier auf E4 schlagen. Springer schlicht E4. Mit Tempo, weil es die Dame angreift. Springer schlicht E7. Schach, Dame schlicht E7. Dame schlicht B4. Weiß bekommt seinen Bauern wieder. Wir haben eine ähnliche Konstellation wie vorher. Schwarz hat den zentralen Bauern bekommen hier auf E4. Dafür hat er den B-Bauern gegeben. Dadurch, dass der Bauer auf E4 weg ist, ist der Läufer auf B7 hier unglaublich stark auf dieser Diagonale. Es geht hier weiter mit dem starken Zug Springer H4. Großes Problem hier, der Bauer G2. Vermutlich drohen jetzt schon Abzüge. Springer schlicht G2, nebst Abzug des Springers. Deswegen kommt hier Läufer F3 von Weiß. Ein Zug, den man nicht so gerne macht, wenn ich ehrlich bin, weil das den schönen Läufer hergibt. Springer schlicht F3. Und auch hier hatte Carlsen die schwierige Wahl zwischen Turm F3 und G schlicht F3. Turm schlicht F3 belässt den Läufer hier sehr stark auf B7. Guckt in die Richtung und der Springer auf E4 kann nicht vertrieben werden. Aber Carlsen wollte lieber den Springer vertreiben und spielte G schlicht F3. Greift den Springer. Und jetzt kommt ein extrem starker Zug hier von Schwarz. Welchen Zug hat jetzt hier Nepo gespielt? Mal gucken, ob ihr ihn findet. Er zog nicht den Springer weg, sondern er zog die Dame. Ich gebe euch mal einen Tipp. Er zog die Dame. Wohin? Dame D7. Starker Zug, bereitet Turm A4 vor. Und das hatte Magnus wahrscheinlich übersehen. F schlicht E4 jetzt verliert wegen Turm A4. Und wenn die Dame zurückgeht, Läufer schlicht E4, Schach, König G1, Dame G4, Schach, König F2, Dame G2, Schachmatt hier. Deswegen nach Dame D7 spielte Magnus Carlsen, Läufer F4. Bester Zug, greift den Springer nochmal an und jetzt hat er auch Läufer G3, um ihn dazwischen zu stellen. Trotzdem, Turm A4, Dame B6. Hier dachte Nepomniachi 30 Minuten nach, wie ich in einer späteren Analyse gelesen habe, und spielte Springer F6, ging mit dem Springer zurück und griff den Läufer an. Es gibt ja eine andere Abwicklung, die sehr stark ist, zumindest zeigt der Stockfisch, Springer F2, Schach, Entschuldigung, Dame schlicht E2 und jetzt Turm schlicht E4. Nach Springer D4 allerdings ist es schwierig zu glauben, dass die schwarzen Gewinnchancen größer sind als die weißen Remischancen, weil der Springer auf D4 steht sehr stark und wird mit C3 hier gefestigt. Deswegen gegen Nepo zurück mit dem Springer nach F6 in der Partie. Dame schlicht D6, das kostet hier einen Bauern, den bekommt aber Schwarz schnell wieder und zwar mit Dame G4. Dame H3 ging auch, Dame G4, greift den F3 an und der Bauer kann die Dame nicht schlagen, weil der ist gefesselt. Es geht hier weiter mit Springer D4 und jetzt sehr stark, Turm schlicht D4, Dame schlicht D4, Läufer schlicht F3, Schach. Weiß muss jetzt die Qualität zurückgeben, sonst ist er matt. Turm schlicht F3, Dame schlicht F3, König G1. Dame G4, Schach, König A1 und jetzt hier nach Dame C8 machen wir kurz Stopp. Dame C8 greift den Bauern C2 an. Ja, das große Problem in dieser Stellung ist der Weiße König, der ist sperrangelweit offen und obwohl das Material so stark reduziert ist, ist es für den besten Spieler der Welt hier unheimlich schwierig, das zu verteidigen. Im Endspiel stellen wir vor, wenn die Damen nicht auf dem Brett wären, dann wäre das wahrscheinlich ein Easy Win für Weiß wegen den freien Bauern hier am Damenflügel, unterstützt vom Turm. Aber mit den Damen auf dem Brett ist das ein Riesenproblem für Weiß hier, diese Stellung. Es ging hier weiter mit, ja in dieser Stellung hier gibt es einen Zug, der laut Stockfisch die Stellung im Gleichgewicht hält. Mal gucken, ob ihr ihn findet. Und zwar Läufer G5. Läufer G5 ist stark, weil es den Springer angreift. Und Schwarz schafft es diesen Springer nicht zentral zu postieren wie in der Partie. Machen wir weiter mit der Partie. Dame F2 und hier Dame B7 Schach, König G1 und jetzt Springer E4. Dame schlicht B2 geht glaube ich nicht wegen Läufer E5 hier. Deswegen Springer E4, Dame D4 und jetzt ganz stark Turm E8. Deck den Springer und das ist der Unterschied zu der Variante mit Läufer G5, die ich gezeigt habe. Hier kann Schwarz den Springer zentral postieren, wo er super aktiv steht. Jetzt droht auch früher oder später Turm E6, Turm G6 Schach und hier sehen wir die Probleme mit dem Weißen König. Es geht hier weiter mit Turm E2 in der Partie. G6, H3 macht Platz für den König, Turm E6. König H2, der versteckt sich dort. Und hier und da kommen jetzt Ungenauigkeiten. Schwarz hätte zuerst König H7 spielen sollen mit der Idee Turm G6 oder mit der Idee F5 und dann Turm G6. Aber Nepo spielte sofort F5, deckte den Springer im Zentrum und wollte dann Turm G6 machen. Hier gab es aber einen starken Zug für Weiß, der das Remis hält und zwar Dame C4 oder das Gleichgewicht besser gesagt. Den Turm fesseln. Nach Turm Dame F7, Dame D5, das ist die Computervariante, G5, Läufer B8. Sieht die Engine überhaupt keine Möglichkeit hier den Damentausch zu vermeiden und schlägt Turm E7 vor und sagt, komm wir müssen die Damen tauschen. Aber das Endspiel nach Dame F7, König F7, König G2, König E6 ungefähr. Das sollte ungefähr ausgeglichen sein. Ist zwar noch asymmetrisch und deswegen gibt es ja noch sehr viel Potenzial für beiden Seiten wegen der Freibauern, aber generell ist es so, dass Turm und Läufer eigentlich besser harmonieren als Turm und Springer. Und Weiß hat auch hier zwei sehr gefährliche Freibauern, die allerdings natürlich noch sehr weit hinten sind. In der wird nichts getauscht. Turm E3, Turm G6, Turm E2, Weiß wartet ab, Dame B5 greift den Turm an. Turm E1, ja was soll er machen? Carlsen muss hin und her ziehen. C4 kommt natürlich, Dame schlägt B4. Also Turm E1. Hier Turm C6, es gab auch einen anderen Zug, der gewinnt für Schwarz, aber Turm C6 sollte ausreichend sein. Hier zeigt sich der Erfindungsreichtum von Weiß, von Carlsen. Er opfert die Qualität. Turm E4. Fe4 Und Dame schlägt E4. Schach. Turm G6. Das sieht gar nicht so leicht aus für Schwarz, weil Weiß hat so viele Bauern, aber der Weiße König, der ist einfach zu schlecht. Läufer G3, Dame D7. Verhindert Dame D3. H4. Möchte H5 spielen? H5. Stoppt das. C4. Weiß schiebt die Bauern vor, aber Dame D2 Schach. König A3. Dame C3. Droht matt. Dame F4. Naja, jetzt kann Schwarz auf verschiedene Art und Weise gewinnen. Jetzt nehmen wir erstmal den Bauern auf B4. Dame F5. Dame schlägt C4. Dame schlägt H5 Schach. Turm A6. Das ist jetzt ein gewonnenes Endspiel. Dame F3. Ist zwar reduziert und alles auf einem Flügel, aber Turm gegen Läufer ist einfach zu viel. Dame E6 Schach. König A2. Turm F6. Dame D3 Schach. Turm F5. Dame C2. Dame D5. Läufer F2. König A6. Läufer E3 Schach. König G6. Läufer F2. König F6. Läufer G3. Turm F1. Es droht matt auf A1. Weiß hat doch kein Schach hier, ne? Doch Dame B2 Schach ginge. Hat aber nicht gemacht. Er zog Läufer F2. Turm D1. Es droht Turm D2. Läufer F2 übrigens, damit der König über G3 weglaufen kann. Deswegen Turm D2. Dame C3 Schach. Dame E5 Schach. Schwarz tauscht die Damen. Dame E5. König E5. Jetzt noch ein kleiner letzter Trick von Weiß. H5. Er würde gerne den H-Bauern hier opfern, damit dann ein schwieriges Endspiel entsteht mit Turm. Randbauern und König gegen König und Läufer, was manchmal schwierig zu gewinnen ist. Aber Schwarz spielt König F6 und holt sich den Bauern ab hier. Wenn H6 kommt, kommt einfach G5. Und dann holt sich der König den Bauern ab. Deswegen hier Läufer H4 Schach. König E5. Läufer E7. Turm D7. Und hier gab Magnus Carlsen auf. Und damit gewann Jan Nepomnerschi die dritte klassische Partie gegen Magnus Carlsen. Ich habe ja jetzt hier auf dem Kanal, das war das vierte Video. Und jetzt hat er die... Jetzt liegt er eigentlich schon 3-0 vorne, Jan Nepomnerschi. Und in dieser Partie hat man gesehen, obwohl Carlsen auch zu dem Zeitpunkt die Nummer 1 der Welt war, Nepo lässt sich nicht so leicht ins Boxhorn jagen. Carlsen versucht es dann so ein bisschen mit der Brechstange, weil er mit dem Remis hier nicht glücklich war, aus der Eröffnung heraus. Kein Vorteil geholt. Nepo steht super in der Neidorf-Variante. Einfach eine ausgeglichene Stellung. Und dann spielt Carlsen weiter. Aber die Stellung gab einfach nicht so viel her. Und er überreizt so ein bisschen sein Blatt hier in dieser Partie. Und Nepo damit jetzt in den klassischen Partien zu dem Zeitpunkt 3-0 in Führung. Heftig. Das Turnier damals übrigens gewann, ich gucke mal, Hikaru Nakamura mit 9 aus 13. Wer hätte das gedacht vor? Vichy ernarnt 8,5 aus 13 und Carlsen und Aronjan auf Platz 3 mit 8 aus 13. Interessanterweise Nepo bei dem Turnier damals nur 6 aus 13 auf Platz 9. In Waikantsee spielen immer 14 Spieler mit, deswegen 13 Partien. Also Carlsen geteilter Dritter immer noch zwei Punkte vor Nepo. Aber Nepo nur 6 Punkte gut, noch nicht mal 50%. Aber Carlsen geschlagen. Das war Folge 4 meiner Rückschau. Es werden mit Sicherheit noch zwei Videos, werden auf jeden Fall noch folgen. Mal gucken, ob ich danach noch was mache. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Checkt auch mal in anderen Kanäle aus. The Big Greek Highlights und The Big Greek Shorts. Und ihr könntet mal gerne einen Kommentar hinterlassen. Freut ihr euch schon auf die WM? Wie ich würde mich mal interessieren. Macht's gut. Und ihr könntet mal gerne 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 gerne